Grüß Gott, Leute, mein Name ist Kirill, ich komme aus den Bühren und ich habe das Money Rain Gewinnspiel gewonnen. Ich bin Alex, ich bin auch voll froh, dass wir jetzt hier gewonnen haben und freue mich voll, dass die Soldiers hier so ein Gewinnspiel für uns vorbereitet haben. Das ist einfach einmalig, dass Rapper mit Fans zusammen schießen gehen. Wie man es auch sieht, ich bin so nervös und so, aber das gehört halt mal dazu, meine ich, weil ich werde gleich mit San Diego und John Weber da rumschießen. Das ist schon krass. Money Rain Soldiers. Ey Alter, ey, ich glaube da sind die schon, Mann. Ey, da sind die, Alter, krass. Was geht ab? Bequem stehen. Sanni? Ja, alles gut für euch. Ja, Mann. Freut mich. Schönen Tag Kreuz, Jungs. Alles klar? Alles klar, Mann. Jetzt, auf jeden Fall. Habt ihr Lust zu schießen? Ja, auf jeden Fall. Lasst mal reinsteppen. Lasst mal reingehen. Alter, Mann. Alter, Sand Diego, Mann. Ja, ey, Jungs, sucht euch was aus, würde ich sagen, oder? Sucht euch eine nette Waffe aus. Alter, die gehen mega klar, Mann. Das war schon immer mein Traum, Digger. Immer mein Traum, mit San Diego dazustehen, Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Halt auf! Geil, Mann! Halt auf! Julien, das ist voll lokal, aber diesmal geht der Nazi drauf. Wir rekrutieren uns eigene Anti-Julien-Mafia. Anti-Julien-Clicker-Flappe. Lachen wir nicht so. So, die AK ist leider nicht vorhanden. Dafür hat der Kellen eine neue. Händler und Koch schießt den Rappern in den Kopf. Damals hat man durchleidend einen Einscheinens-Paragaten. Das ist die Siemenhof, der Vorgänger der AK. Guckt euch das zu feinen Medaill an. Verkromt. Salutieren! Ha! Zikala-Schnikows! Ziel aufs Deutsche Gang! BAM! Okay. Wir sollten nicht Julien auseinander damit, Alter, was? Die Glock San Diego Edition, Alter. Das ist die Waffe von San Diego. Ja, exklusiv für diesen Tag. Die ersten 5000 Leute kriegen eine Special Glock. Natürlich für einen kleinen Aufpreis von 5000 Euro. Wird aber kein Problem sein. Ist auch ein Schalter und ein Poster dabei. Das ist Bescheid. Wir sind soweit fertig. Jeder hat sich eine Waffe ausgesucht. Und jetzt gehen wir zum Skistand. und ballern müssen. Wie gesagt, live dabei. Ohne Sonne oder Filme. Ich hoffe, du filmst gerade nicht. Und du filmst doch. Meine Fresse, wofür bezahle ich die Leute? So, wir sind jetzt startklar. Die Waffen sind soweit vorbereitet. Die Munition. Die Ursachen. Sie sprechen der Waffen. Schütze. Sie sprechen von 05 runter. Die Typen werden wristed zur Bremse. Sie frameworks nochmal für den Gangce制. Sie pan洽 Eegen. Das schütze war Gew λ. Basiert die K emprest. Und dagunta der Bremse ist oversight. Geht ihr eigentlich automatisch nach oder muss ich da sonst nochmal dran ziehen? Ja, jetzt ist es scharf. Selber? Selber. Was ist los Money Race Soldiers, Mann? Wir bringen euch weg, Alter. Ja, was weiß ich, die Decke hast du getrunken auf jeden Fall. Das muss Hauptsache gut aussehen, Leute. Wisst ihr Bescheid? Die Decke haben wir getrunken. Wir sind durch die Decke gegangen. Pass auf, Alter, mit wem du dich an bist du Mist geworden. Blamage! Okay, genug auf Rambu gemacht, Kollege. Ich denke mal, die Gewinner haben viel Spaß, oder? Kerem, sag mal, wie gefällt es dir? Also das macht wirklich richtig Bock und so, ne? John Weber, hier ein bisschen richtiger Kollege ist geworden. Jetzt haben wir hier noch den Obersoldier. Mein Kommandant und... Gefällt dir meine Leistung? Nicht schlecht. Ja? Danke, Alter. Da bin ich jetzt richtig stolz drauf, Mann. Das werde ich meinen Kindern erzählen, Digga. Bitte? Da haben wir den ersten Kommandant, John Weber. Was sagen sie denn zu unserer Leistung? Auf jeden Fall machen die es sehr gut. Nach Wuch Soldiers. Money Rain Soldiers! Das bocht, Alter. Zikalaschniko. Das gehört auch zur Ausbildung. Money Rain Soldiers. Hallo, Leute. Keine Ahnung, so ein bisschen... Mann auf der Kommandant, bei einer Mama Bart, ich mach einer Mama, 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 ich mach einer Mama. Hallo. Nicht die Trommel berühren, ne? Kommandant erklärt, ja, ich weiß, hier darf ich gerne, weil das ist Bart. Erstmal zielen, noch nicht mit einem Zug. Noch keinen Abzug? Ich weiß. Nehmen. Genau. Da hab ich noch, glaub ich, paar drauf. Fuck. Ganz langsam anziehen, abfeuern. Wieder anziehen, abfeuern. Also so ungefähr. Wo schiehst du überhaupt denn? Du willst doch eine vernünftige Zielscheibe später mit nach Hause mit mir, oder? Ich weiß, das ist das Problem. Nein, das ist schon richtig, Kommandant. Nein, ich will auch, Julian. Alles klar, einmal salutieren, Stamm stehen. Sehr gut. 100 Meter. 100 Meter wird hier geschossen. Grundausbildung, Money Rain Soldiers. Das sind die drei von André. Die drei. Das ist meiner. Das ist meiner. Und das ist meiner. Ja, ist das doch. Was ist eine Markung? Die Sicht der Sicherheit vom Präsidenten in Tschechien. Ja, die. Auch die Militärer. Und natürlich, Money Rain Soldiers haben die auch. Die ist nicht einfach. Ey, eine zweite Zehn. Sehr gut. Die ist nicht einfach. Okay, Alex. Gut geballert. Kriegst dein Abzeichen noch später. Ja, danke dir. Weber, einmal Unterschrift. Okay. Ausbildung bestanden heute. Der Alex. Der Alex. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr uns mitgenommen habt. Auf jeden Fall. Kein Problem. Immer wieder. Einfach viel Spaß gemacht. Vor allem, dass ihr dabei wart. Dankeschön. So stellt man seine Fans zufrieden. Und nicht anders. So, jetzt der andere Kandidat. So, jetzt kommt der Vorbilds-Zauger, der nicht nur Kamerageil ist. Okay. Der hier war nicht ganz so gut, aber ich glaube, das war ja mehr so ein Probeschuss. Ja, genau. Alles klar. Okay. Gehen wir ihnen das Abzeichen? Es wird schwierig, aber es ist gerade noch so durchgegangen. Alles klar. Akzeptabel. Okay. Dankeschön. Schabert, mein Freund. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Aber richtig. Ja. Sehr gut. So Leute, ich habe mich hier bei Berkut Waffen-Musition richtig produziert. Mein Kollege Soldiers hier. Sunny Gebo und John Beller. Money Rain Soldiers. Was ist los, Mann? Ihr zerficken euch. Julian, pass auf, Digga. Bang. Nein. Okay. So, das war das Gewinnspiel mit den Soldiers. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert, wie die beiden Jungs auch. Geht auf die Homepage von Berkut Waffen. Hier wird sie eingeblendet. Ansonsten bestellt die Soldiers Edition. Shirt in Package, Poster in Package, krasse Banger in Package und 1000 Sonnenbrillen für die ersten Vorbesteller in Package. Also, vorbestellen, vorbestellen, vorbestellen. das war der Herbst Es begann. Vielen Dank.